Also wir sind hier im Weingut Wieninger in Wien-Stammersdorf und ich bin der Fritz Wieninger. Wichtig ist mir diese Kombination aus dem althergebrachten Wissen von früher, das manifestiert sich bei mir in der biodynamischen Arbeitsweise, aber kombiniert mit der Technik von heute, modernste Technik, die ist hier nicht fehl am Platz. Wien ist einzigartig, weil Wien hat ein eigenes Weinbaugebiet, fast 700 Hektar und das in einer knapp zwei Millionen Stadt. Das ist einzigartig in der ganzen Welt, gibt es nur hier. Tolle Weine brauchen auch eine tolle Küche. So bin ich mit dem Juan Amador zusammengestolpert. Drei Sterne Koch aus Deutschland. Gemeinsam haben wir dieses Projekt hier verwirklicht.